Mein Name ist Tetsch Mshaben. Ich komme aus Tunesien. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Bauingenieur von Beruf und jetzt bin ich Teilnehmer an dem Pilotprojekt für hochqualifizierte tunesische Fachkräfte. Ein Kollege von mir hat mir die GZ-Anzeige gezeigt und ich habe es einfach sehr interessant gefunden, in Deutschland zu kommen, weil Bauingenieurwesen in Deutschland sehr entwickelt ist. Bei mehr Water Management produzieren wir Entwässerungssysteme. Dieses Praktikum war eine Möglichkeit für mich, meine Fachkompetenzen zu vertiefen. Ich würde gerne bei meiner Firma bleiben und unsere Produkte in Tunesien verkaufen. Die Teilnahme an diesem Projekt hat mir geholfen, Deutsch zu lernen. Ich habe seit neun Monaten mit Deutsch kurz angefangen. Das war nicht einfach am Anfang mit deutschem Vokabular, aber die Kollegen hat mir wirklich geholfen, dieses Challenge zu schaffen. In Augsburg wohne ich in einer BG. Ich habe einen netten Mitbewohner. Zusammen gehen wir schwimmen oder technisch spielen. Ich fühle mich wohl in Augsburg. Meine Familie ist ganz glücklich für mich, dass ich hier in Deutschland angekommen bin und dass ich meine Zukunft hier bauen werde.